Was ist die Prognose von Stadion und Histologie? Wir wissen, dass beim Nicht-Klein-Senk-Lungen-Karzinom die Prognose nicht nur oder nicht ausreichend von Stadion und Histologie bestimmt wird. Es gibt andere biologische Faktoren, wie zum Beispiel die Zytokine. Wir haben am Tumor die Explosionen von zwei Zytokinen, IL-17 und IL-22 bestimmt. Wir haben vorher bereits die Immunzellen im Tumor bestimmt, die wir mit einer Multispektralanalyse im Honestochemisch angeguckt haben. Und die Verknüpfung und die beiden Ergebnisse von diesen Untersuchungen durften wir auf dem Krebskongress vorstellen. Wir konnten zeigen, dass sowohl die Zytokinexpression als auch die Mundzellinfiltrate einschließlich insbesondere CD8-Zellen und auch PDL1-Expression prognostisch für die Patienten sehr relevant sind und dass höhere Expressionen die Prognose verbessern. Wir hoffen, dass die Verknüpfung von Zytokinen und Immunzelleninfiltraten in einem Score die Prognose noch besser darstellen wird. Und daran arbeiten wir. Musik 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 Musik